Energie wird in der Schweiz verwendet für Mobilität, Wärme und Strom. Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas, aber auch Atom sind endlich, lösen Verteilungskriege aus, zerstören die Umwelt beim Abbau, bei Unfällen und am Ende als Abfall. Elektromobilität und Isolation ersetzen Öl und Gas. Effizienz und Solarenergie sowie die bestehenden erneuerbaren Energien decken den verbleibenden Energiebedarf. Das ist der Schlüssel zu einer friedlichen Energieversorgung der Zukunft. Untertitelung des ZDF, 2020